Jo Leute, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Dragon Ball Xenius 2. Ich bin grad bei der zweiten Folge, um den Napa-Weracken zu besiegen. Okay. Jetzt, los komm, ich mach ein grünes Leben weg. Warum kein grünes Leben weg, Alter? Ja. Okay. Was, der hat doppeltes grünes Leben? Was ist das, Alter? Los, alle auf hinein. Allein kloppen. Scheiße. Oh yeah, das ist Mom on. Jetzt, let's go. Ah, jetzt bin ich wieder kauer, Alter, das gibt's doch nicht, Leute. Hier, Hilfe. 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 Ich bin schon kummern, Alter. Äh, well, nein. Ich muss grad heilen, alles klar. Der muss mal schneller machen. Ich bin gleich verbuchen, Alter. Was macht der jetzt schon, Achmus? Oh. Okay, lieber angreifen, Leute. Wir gehen auf Risiko und greifen an. Alter, der hat doppeltes grünes Leben, Junge. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, vielleicht spricht er aus meinem Controller wieder. Ich muss schon, Leute. Ich hab' das volle Kraftenergiewelle. Ja, genau. Ist klar, alles klar. Gar mal, ja, mal machen, ey. Ich hab' keinen Ausdauer mehr, Alter. Als Ausdauer wieder voll. Oh, Junge, schon wieder down, Alter. Junge. Hier, please, please. Und noch einer, please. Okay. Und wenn da jetzt wer geht, bitte nicht please. Okay. Guck dir mal seine roten Augen an, Alter. Ich find' voll geil. Ich steh' ich kaum auf, hab' ich wieder fast mein ganzes Leben verloren, Junge. Es geht los, Leute. Ein Endes kam mir auf. Ein Endes kam mir auf. Waaah. Angriff, Leute. Alle einbuchen auf ihn. Los, let's go. Okay. Oh, jetzt bin ich schon wieder down, Alter. Das sind fast alle down, Leute. Ihr, please. Junge, rette mich. Avalon, Junge, Gally, rette mich alle, Leute. Weil ich der Beste von dir bin. Oh, komm, steh auf, Alter. Mach schnell. Komm schon, komm. Ich bin mal. Ich bin schon wieder down, Leute. Ich bin schon wieder down, Alter. Digger, keiner tut mich heilen. Okay, Leute. Wenn ihr werdet sehen, ob ich gegen ihn verliere oder gewinne in meiner nächsten Folge.